Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer, die Ankündigung für meinen neuen Hauptfilm. Maskenfehler, dass da auch der Test gar nicht mal so gut ausgefallen ist für 30% von Masken, allerdings hauptsächlich auf China bezogen. Ja, das Ermächtigungsgesetz, Logo, Impfstoffe und so weiter. Ich denke, da ist auch wieder ganz schön viel Zündstoff drin im nächsten Hauptfilm, den ihr schauen könnt bei VK, bei Beatshoot, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen, den entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeile zur Lieblingsplattform gelangen und dann sehen wir uns doch hoffentlich gleich wieder. Tschüss!